Achtung, Tor geht auf und los geht's. Hase sitzt, alle sind bereit. Oh. Oh. I'm going under in this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to hide, somebody to hold. Ich bin zehn Jahre alt, komme aus Niedersachsen. Er singt den ganzen Tag, man hört ihn immer schon vom Weifen. In der Nachbarschaft ist es auch bekannt, dass er singt, weil die meisten das immer mitbekommen und hören. Ich liebe es zu singen und ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich denke, ich mache immer gute Laune. Ich bin schon ein Entertainer. Was denn? Das habe ich dir jetzt schon wieder getan. Wir raps uns auch. Ja genau, das will ich. Ich sing dann einfach los, weil das Gefühl ist toll. Auf der The Voice Kids Bühne wird es fantastisch werden. Da bin ich mir ganz sicher, egal was passiert, ich freue mich super drauf. Hey, wie geht's dir? Wen hast du mitgebracht? Hasi! Stark! Und ich freue mich auch auf die Coaches, auch wenn sie sich nicht umdrehen. Und ich freue mich immer noch, wenn sie nicht umdrehen. Untertitelung des ZDF, 2020